Hey Leute! Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache heute meine Nägel. Ich werde jetzt das Ganze erst einmal abfräsen und euch in Echtzeit zeigen. Denn mich hat sowas auch immer interessiert, gerade so, weil man so die Anfangszeiten hat. Habe ich immer gerne alles angeschaut. Ja, wie geht denn das bei den anderen? Wie sieht es aus? Wie schnell können die das? Das hat mich immer total interessiert und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach auch mal ein Video darüber. Und das Ganze soll natürlich auch nicht zu langweilig werden. Daher habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal auf so ein paar Kommentare eingehen, die einfach mal ein bisschen ausführlicher beantworten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mit dem Video. Ich werde euch einfach auch mal oben rechts die Fräse einblenden, mit der ich heute arbeite. Ich habe schon viele verschiedene Fräsen ausprobiert. Mit der hier, muss ich sagen, bin ich wirklich auch absolut zufrieden. Und ich verlinke euch sie natürlich noch gerne in der Infobox. Ich hoffe natürlich, dass euch die Sonne jetzt hier gerade nicht zu doll stört. Ich fand das aber jetzt gerade total schön, hier am Fenster zu sitzen. Und meine Hände habe ich natürlich auch vorher gereinigt und desinfiziert. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Kommentar. Das erste Kommentar ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich erst bekommen. Allerdings steht das unter einem älteren Video. Da zeige ich, worauf ich so achte. Hygiene, Sauberkeit und so weiter. Und zwar steht dort, Hände desinfizieren mit Desinfektionsspray. Soll wo ein Scherz sein? Und für Flächen gibt es auch spezielle Desinfektionstücher. Ja, das stimmt. Ich habe auch nicht behauptet, dass das nicht stimmt. Das ganze Video ist natürlich auch eine kleine Zusammenfassung. Man sieht in diesem Video einfach nur Ausschnitte. Also ich habe auch spezielle Desinfektionstücher. Allerdings habe ich einfach in diesem Video gezeigt, wie ich dann einfach die Flächen zum Schluss nochmal mit Desinfektion einsprühe und dann nochmal ablösche. Also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Schritt gezeigt und erklärt. Ich habe einfach nur gesagt, worauf ich so achte. Und ja, desinfizieren und reinigen, das mache ich eh immer. Und das sage ich auch immer, dass ich die Hände vorher reinige und desinfiziere. Also ich weiß nicht, wo da jetzt irgendwie was falsch dran ist. Und vor allem verstehe ich auch nicht, was an Spree falsch sein soll. Also ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das macht. Oder vielleicht habt ihr ja einen ganz anderen Tipp. Also ich muss sagen, ich bin mit Spree immer absolut zufrieden. Ich weiß, es gibt auch Gel. Und bei Gel muss ich sagen, das vertrage ich dann nicht so gut. Also ich vertrage es schon. Aber meine Nägel halten dann irgendwie schlechter, als wenn ich Spree benutze. Und daher benutze ich bei mir persönlich lieber Spree. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Von mir aus auch sehr gerne ausführlich. Vielleicht hält der ein oder andere ja auch seine Hände einfach im Chlor. Dann ist natürlich alles perfekt gereinigt. Dann habt ihr auch fast keine Hände und keine Nägel mehr. Ja, schreibt mir das einfach mal, wie ihr das so seht und wie ihr das Ganze so anwendet. Dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Kommentar. Das steht auch in einem älteren Video. Und zwar zeige ich da eine Gel-Fuß-Modellage. Und da steht drunter schlecht erklärt. Mehr steht da auch gar nicht zu diesem Kommentar. Und dann habe ich natürlich auch gerne zurückgeschrieben und gefragt, was denn daran schlecht erklärt ist. Aber der oder diejenige hat mir natürlich nicht mehr zurückgeschrieben. Das finde ich auch ein bisschen schade. Denn somit weiß ich einfach auch gar nicht, was daran gemeint ist. Das ist jetzt das komplette Video einfach total scheiße. Denn, ja, kann man das ja auch irgendwie formulieren. Auch nett formulieren. Und ansonsten kann man natürlich auch gerne schreiben, was man da genau meint. Weil sonst weiß ich das einfach nicht. Und natürlich kann man das auch sonst nicht verbessern. Und jetzt bitte nicht wundern, das Video stoppt jetzt gleich mal ganz kurz. Geht aber gleich weiter. Und zwar ist da gerade die Post gekommen. Natürlich sehr ungünstig. Und ich bin natürlich dann zur Tür gesprungen. Habe die Kamera aber natürlich auch noch schnell ausgemacht. Und dann geht es auch schon weiter. Dann habe ich unter einem, naja, das ist noch nicht ganz so alt, das Video. Ist eigentlich noch relativ neu, sage ich jetzt mal. Da steht drunter, du hast dir die Seitenlinien total verhunden. Dazu muss ich sagen, habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich übe noch mit der Kameraeinstellung. Also da gibt es einfach auch so viele Blickwinkel und Sachen, die man auch bei den Kameras einfach beachten muss. Und da übe ich einfach noch und schaue, wie das Ganze so gut aussieht. Und manchmal ist es einfach so, da habe ich dann manchmal einfach, ja, den Blickwinkel nicht wirklich gut getroffen. Und dann sieht das manchmal krumm und schief aus. Und dabei ist es gar nicht krumm und schief. Das ist einfach, wie man dann die Kamera hält, wie man sie positioniert, wie man sie hinstellt. Da muss ich sagen, ich bin da kein Experte. Ich mache das einfach nur als Hobby. Und wenn euch das dann eben nicht so gefällt, dann solltet ihr doch lieber ein anderes Video schauen. Aber auch nicht nur bei der Kamera, sondern auch bei den Nägeln. Man kann wirklich immer dazulernen, man kann es immer wieder verändern. Also da muss ich sagen, ja, tut es mir leid, wenn dann manchmal einfach die Einstellung auch nicht so gut ist, wenn manchmal irgendwas unscharf ist. Dann verzeiht mir das bitte. Wie gesagt, ich mache das einfach alles nur als Hobby und mache das nicht irgendwie als Profi. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Profi bin. Also habt einfach Spaß an den Videos. Ich freue mich einfach, wenn wir uns hier austauschen können. Und vor allem finde ich es auch schön, wenn ihr nachfragt. Manche natürlich fragen mich nach. Die knallen hier einfach irgendwelche bösen Kommentare drunter. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Denn ja, irgendwie was zu behaupten ist immer so eine Sache. Fragt doch einfach mal nach und dann klären wir das Ganze. Was ich auch noch nie erwähnt habe, ist, die älteren Videos, muss ich sagen, da habe ich einfach zum Anfang immer mitgefilmt und habe das Ganze noch nicht auf YouTube hochgeladen. Ich habe das dann einfach irgendwann später mal angefangen hochzuladen. Allerdings sind die älteren Videos einfach auch total durcheinander. Und ich muss auch sagen, da habe ich auch immer geübt. Und also obwohl ich die Videos schon, denke ich mal, so ein bisschen geschnitten habe und so ein bisschen Effekte mit reingebracht habe, sage ich jetzt mal, habe ich da auch immer noch geübt. Also ich habe da noch nicht irgendwie was profihaft gemacht. Jetzt auch nicht profihaft, wie gesagt. Ich habe dort einfach geübt. Ich habe das einfach schon mitgefilmt und habe das dann irgendwann mal auf YouTube hochgeladen. Das Ganze ist, wie gesagt, einfach ein bisschen durcheinander irgendwie. Ich möchte das allerdings auch nicht löschen, weil das für mich einfach so eine kleine Erinnerung ist, wie ich denn mal angefangen habe, wie das Ganze so zum Anfang aussah. Und ja, wenn ihr diese Videos schaut, dann fragt doch einfach nach. Nehmt das Ganze hier auch nicht zu ernst. Lasst uns einfach hier Spaß haben. Wir können uns gegenseitig austauschen, Tipps geben. Ich möchte einfach, dass das hier Spaß und Freude bereitet und nicht, dass man hier irgendwie böse Kommentare drunter knallt. Wie gesagt, dann fragt einfach nach. Ich weiß, dass es zum Anfang, wie gesagt, einfach ziemlich durcheinander wirkt oder auch ist, was ihr nicht wissen könnt. Und ja, das ist eigentlich ein Fehler von mir. Aber wie gesagt, ich erzähle euch das ja jetzt. Das ist einfach für mich so eine kleine Erinnerung. Und so, wie ich damals die Nägel gemacht habe, würde ich sie jetzt absolut auch nicht mehr machen. Aber wie gesagt, es ist für mich eine Erinnerung. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar möchte ich mich auch nicht nur aufs Nägel machen beschränken. Das habt ihr aber sicherlich auch schon mitbekommen. Ich habe einfach an so vielen Sachen Spaß und Freude. Und das möchte ich einfach mit euch teilen. Und ich hoffe natürlich, ihr habt dann auch Spaß daran. Wie gesagt, ich möchte nicht nur mich auf eine Sache beschränken, denn es gibt so viele tolle, bunte, schöne Sachen auf dieser Welt. Und das Ganze macht mir einfach total viel Spaß, mich da auch so auszuprobieren. Und das bin einfach ich. Ich mache nicht jeden Tag dasselbe. Ich probiere auch gerne irgendwas Neues aus. Ich bin für alles offen. Okay, nicht für alles, alles. Aber ja, für so kreative Sachen bin ich einfach total offen. Und ich möchte einfach, dass wir hier total viel Spaß haben. Uns, wie gesagt, austauschen. Und wir einfach zusammenwachsen und eine tolle Community werden. So, dann seht ihr ja, ich bin mittlerweile schon bei der zweiten Hand. Und jetzt möchte ich mich einfach mal an dieser Stelle bei den ganzen Leuten bedanken, die wirklich regelmäßig meine Videos schauen, die einfach Abonnent von mir sind, die immer ganz, ganz liebe Kommentare schreiben, die einfach auch mal nachfragen. Und ich freue mich da so sehr, eure Kommentare lesen zu können. Also, das ist wirklich immer so, so schön. Wie lieb ihr da auch immer schreibt. Oder wenn ihr eben so Fragen habt, jetzt auch nicht nur speziell zum Nägel machen, sondern auch sonst irgendwie Fragen habt. Oder mir auch mal Tipps gebt. Das ist wirklich immer so, so toll, das alles zu lesen. Also, an dieser Stelle einfach mal Danke an euch. Ja, und ihr seht, mit links bin ich auch nicht wirklich schnell. Ich bin mit links auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich habe hier nicht so viel Gefühl. Ich bin nun mal kein Linkshändler und bin da einfach lieber vorsichtig. Bevor ich irgendwie zu tief heile, das rate ich euch auch, macht es lieber vorsichtig, denn so kann dann eben nichts schief gehen. Dann möchte ich noch erwähnen, dass es jetzt sehr öfters Verlosungen geben wird. Ich habe auch noch so viele Video-Ideen. Allerdings ist das immer so eine Sache mit der Zeit. Man geht ja auch nach Arbeiten, man ist mal unterwegs. Und dann auch noch die ganzen Videos zu bearbeiten. Da ist manchmal die Zeit, ja, ziemlich knapp. Aber wie gesagt, die Verlosungen kommen jetzt öfter. Schreibt mir natürlich auch gerne, wenn ihr Video-Wünsche habt. Am besten immer unter das neuste Video. Muss allerdings auch nichts sein, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und dann werde ich schauen, dass ich das dann so schnell wie möglich umsetze. Ihr seht, ich bin jetzt auch schon bei den letzten Fingern, also so gut wie fertig mit dem Abfräsen. Danach werde ich weitermachen und die Nägel befeilen bzw. kürzen. Und danach geht es auch schon weiter. Ich zeige euch dann, was ich drauf mache bzw. ich mache eigentlich nicht wirklich viel drauf. Denn aus einem bestimmten Grund bzw. zu einem bestimmten Anlass brauche ich oder darf ich nicht wirklich was auf den Nägeln haben. Und daher wird das Ganze relativ durchsichtig werden. Ich werde nicht wirklich viel drauf machen. Einfach nur so, dass meine Nägel stabil sind, nicht brechen. Und ja, das Ergebnis seht ihr einfach am Ende. Das lasse ich allerdings im Schnelldurchlauf durchlaufen, damit das Ganze hier nicht zu lang wird. Und ja, das Ganze hier nicht zu langt. Und hier siehst du jetzt meine fertigen Nägel. Du siehst, es ist wirklich total schlicht. Also es ist eigentlich, es sieht aus, als ob ich durchsichtigen Nagellack oben habe. Nicht wirklich irgendwie viel. Wie gesagt, das ist einfach für einen bestimmten Anlass. Und da sollte das einfach auch so aussehen. Also das muss so sein, falls wieder jemand irgendwie böse Kommentare schreibt. Das Ganze soll hier so aussehen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und vergesst mich nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Tschau. 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 Tau. 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 Bis zum nächsten Mal.